Das Master Collector Program bzw. MCP ist auf dem Vormärsch. Im heutigen Video schauen wir uns auf jeden Fall alle Strategien an, die ich persönlich rausgefunden habe, die man nutzen kann und so viele Punkte wie möglich zu sammeln, zum Beispiel für das Drop-Refel oder auch Accessoires in Zukunft. Das heißt, wenn du auf jeden Fall weitere Strategien neben denen hast, die ich dir jetzt hier auf jeden Fall vorstelle, dann schreib sie mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Bevor wir jetzt aber mit dem gesamten Video starten, möchte ich auf jeden Fall, dass du mir gerne mal in die Kommentare schreibst, welche der Strategien, die jetzt hier an dieser Stelle aufgelistet sind, deiner Meinung nach die profitabelste ist. Bitte schau das Video noch nicht, sondern mach das wirklich rein aus Intuition. Interessiert mich auf jeden Fall sehr, wie du darüber so denkst. Die Strategien, die ich heute in diesem Video besprechen werde, sind einmal keine Strategie zu haben. Das heißt, einfach das zu sammeln, worauf man Bock hat bzw. auf MCP spezifisch zu sammeln, dann Sets sammeln, günstige Secret Rare Comics wie auch Collectibles zu sammeln, allgemein nur Secret Rare Collectibles zu sammeln, Rare Comics nur zu sammeln, Ultra Rare Comics nur zu sammeln oder zum Beispiel auch nur Secret Rare Comics zu sammeln. All diese Strategien werden wir heute auf jeden Fall einmal uns anschauen und schauen, für wie viel Geld man hier wie viele Punkte bekommt. Ich habe mich außerdem dafür entschlossen, einen festen Wert zu nehmen, an dem wir uns orientieren bzw. mit dem wir theoretisch Collectibles kaufen würden und damit dann sozusagen das ausgerechnet, wie viele Punkte man für welche Strategie bekommen würde. An dieser Stelle habe ich mir den Wert 1000 US-Dollar bzw. 1000 Euro gesucht, der meiner Meinung nach an dieser Stelle doch relativ gut ist und zeigt, wie viele MCP-Punkte hier für welche Strategie natürlich am besten sind. Das Ganze kann man sich natürlich dann auch runterrechnen und dementsprechend bleibt eigentlich tatsächlich auch die Strategie die beste, die wir jetzt heute auch hier besprechen, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, in dem Sinne starten wir auch direkt rein mit der ersten Strategie und zwar nämlich nur Sets sammeln. Und dort seht ihr auch schon, an dieser Stelle die Werte sind tatsächlich nicht mehr ganz genau, aber orientieren sich relativ nah an den 1000 US-Dollar dran. Die Daten sind an dieser Stelle außerdem vom 7.2. Das Ganze habe ich jetzt wirklich erst geschafft aufzunehmen zu diesem Zeitpunkt, wird das Ganze auch ein bisschen später erst hochladen. Das heißt, die Werte können sich ein bisschen verschieben. Tendenziell wird es sich aber tatsächlich wahrscheinlich so etwa in diesem Spektrum halten beziehungsweise nur leicht abweichen. Wie ihr seht, beim Sets sammeln würde man theoretisch für 987 US-Dollar 169 Punkte bekommen, was schon eine relativ staatliche Zahl ist. Wahrscheinlich hat aber der ein oder andere hier wirklich mit mehr Punkten gerechnet. Es sind aber tatsächlich nicht allzu viele, was mich persönlich aber auch überrascht hat. Im Anschluss haben wir nur günstige Secret Jack Collectibles und Comics. Ich habe hier an dieser Stelle wieder leider einen Schreibfehler. Tut mir leid an dieser Stelle. Ich meine natürlich hier nicht zweimal Secret Jack Collectibles, sondern Comics. Hier würde man in etwa für 1002 US-Dollar 152 Punkte bekommen, wo ich sagen muss, das finde ich auch schon ganz schön krass. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Secret Jack Collectibles wie auch Comics sind halt deutlich teurer als zum Beispiel Sets, die man sich teilweise sehr viel günstiger kaufen kann und die mehr Punkte einfach bringen. Übrigens, wenn du wissen willst, wie ich das Ganze berechnet habe, dann schau dir auf jeden Fall hier in der Videobeschreibung die Vivi Setlist einmal an. Dann ist eine Webseite, wo du dir anschauen kannst, welche Sets wirklich die günstigsten sind und zu welchem Preis und wie viele MCP-Punkte du bekommst. Schaust dir auf jeden Fall sehr genau an. Ist sehr interessant, um auch sich hier perfekt für MCP vorzubereiten. Anschließend haben wir hier nur die Secret Jack Collectibles. Und ja, wie eben schon auch auf der anderen Folie besprochen, Secret Jack Collectibles an sich alleine lohnen sich tatsächlich überhaupt nicht. Man würde hier für 988 Dollar insgesamt nur 135 Punkte bekommen. Also das ist wirklich im Vergleich zu den anderen beiden Strategien, die wir gerade haben, extrem wenig. Und ja, man hat hier im Prinzip super viele Secret Rares, aber die bringen einfach einem leider nichts ohne andere Collectibles. Anschließend haben wir die Rare Comics. Und hier ist es ja eigentlich schon relativ bekannt, dass Rare Comics mit einer der profitabelsten MCP-Geber sind überhaupt. Und das hat sich hier auch auf jeden Fall nochmal bestätigt. Denn in etwa 995 US-Dollar würde man hier 246 Punkte bekommen, was wirklich richtig, richtig stark ist. Das ist wirklich extrem gut, wenn man sich das mal anschaut, jetzt im Vergleich zu diesen ganzen anderen Dingen, wie zum Beispiel auch zu den Sets, wo man wirklich sehr, sehr viel weniger bekommt. Und ja, also für Rare Comics lohnt sich das definitiv, hier ab und zu die auch mitzunehmen, wenn man wirklich auf den MCP gehen möchte. Anschließend haben wir die Ultra Rare Comics. Und die performen meiner Meinung nach tatsächlich auch sehr gut. Besser tatsächlich sogar als die Secret Rare Comics. Und hier haben wir insgesamt für 1003 US-Dollar 207 Punkte, was finde ich persönlich relativ gut ist. Hier darf man natürlich auch nicht vergessen, hier sind natürlich auch die Ultra Rare Comics teilweise deutlich teurer als die Rare Comics. Dementsprechend würde es sich tatsächlich mehr lohnen, zwei Rare Comics zu holen, als sich eine Ultra Rare zu holen. Und es macht einfach auch punktemäßig sehr viel mehr Sinn. Also hier auch die Rare Comics gewinnen an dieser Stelle gegen die Ultra Rare Comics. Und ich habe es tatsächlich gerade auch schon so ein bisschen verraten. Ja, die Secret Rare Comics sind hier total am Abschmieren, wenn man sich wirklich hier überlegt, man würde für 1031 US-Dollar einige Secret Rats bekommen, aber punktemäßig extrem schlecht abschneiden. Gerade mal 132 Punkte würde man bekommen, wenn man sich hier wirklich nur auf Secret Rare Comics fokussieren würde. Also meiner Meinung nach wirklich die schlechteste Wahl, wenn man wirklich ausschließlich nur auf MCP und Secret Rare geht. Und nun kommen wir wirklich zu der überraschendsten Wendung des gesamten Videos. Und zwar keine Strategie zu haben, ist wirklich das mächtigste. Und ja, für 1000 US-Dollar knapp würde man in etwa 317 Punkte täglich bekommen, was wirklich unfassbar ist. Ich persönlich habe wirklich überhaupt nicht mit dieser Zahl gerechnet. Ich habe das auch selber tatsächlich nicht gemacht. Also ich habe jetzt wirklich nicht in irgendeiner Weise einen Einfluss auf diese Strategie bzw. auf dieses Ergebnis gehabt. Das Ganze hat ein Kollege von mir gemacht. Also ich habe damit nichts zu tun. Wir schauen uns aber mal an, wie sieht denn das Ganze überhaupt aus und was für Collectables sind denn hier zum Beispiel bei der Strategie drin, wo jetzt im Prinzip wirklich dann rein nur verfolgt wurde, MCP zu sammeln, also MCP-Punkte so viel wie möglich mitzunehmen, sei es über Sets oder zum Beispiel über Secret Rare, dann einzelne Secret Rare sich zu kaufen, einzelne Sets sich zu kaufen usw. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall mal an. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, auf was für eine Webseite sind wir denn hier eigentlich gerade, das Ganze ist mein NFT Tracker. Dort kannst du wirklich perfekt eigentlich deine NFTs tracken. Das Ganze ist auch tatsächlich aus der deutschen Community entstanden. Grüße hinaus auf jeden Fall da an euch Jungs. Und ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich habe ansonsten auch nochmal ein Video, wo ich das Ganze hier vorstelle. Wirklich eine sehr schöne Seite. Jetzt schauen wir uns aber auf jeden Fall mal an hier, was wir hier mit dem Portfolio auf sich haben. Insgesamt sieht man auf jeden Fall, sind erstmal hier sehr viele Rare und Ultra Rare Comics drin. Dann haben wir aber tatsächlich hier auch einige Sets, wie zum Beispiel das Lunar Year Set. Da wird auf jeden Fall noch irgendwo hier die andere dann sein. Wir haben, wie ihr seht, auf jeden Fall extrem viele Rare Comics. Dann haben wir hier zum Beispiel auch das Briefmarkenset einmal mit dabei. Wir haben ja aber eigentlich tatsächlich überwiegend Comics an dieser Stelle. Ich muss auch sagen, ich schaue mir tatsächlich auch gerade das Portfolio zum ersten Mal an. Also hier seht ihr jetzt wirklich eine Live Reaction von mir. Wir haben natürlich aber auch so einzelne Sets, wie zum Beispiel hier It's Time to Play Poster von Chucky. Also hier wirklich sehr interessant die Kombination aus vielen, vielen einzelnen Sets. Comics, Secret Rare Comics und so weiter und so fort. Also hier wirklich Collect What You Love macht am meisten Sinn. Und das Ganze ist natürlich hier wirklich schon sehr, sehr konzentriert auf den MCP. Also wenn man wirklich rein 100% nur auf den MCP geht und nicht sammelt, was man mag, ja dann läuft das in etwa darauf hinaus. Ich persönlich habe mittlerweile auch, glaube ich, in etwa 500 Punkte pro Tag, habe aber auch in etwa 500 Collectibles mit einem Wert von in etwa 12.000 US-Dollar momentan. Also ja, man muss einfach schauen, wie man das Ganze kombiniert. Meiner Meinung nach sollte man das am besten hier kombinieren, wirklich mit dem, was man liebt und halt dann auch auf den MCP zu gehen. Um das ein bisschen zu verknüpfen, ich glaube, das macht meiner Meinung nach auf jeden Fall am meisten Sinn. Anschließend machen wir doch mal ganz kurz nochmal eine Auswertung und schauen uns an, welche Strategie hat denn jetzt hier wirklich wie performt. Um das Ganze hier nochmal für euch zu veranschaulichen. Also wir haben insgesamt hier wirklich sieben Strategien, die man nutzen kann. Und wir sehen ganz klar, die Secret Rare Comics performen hier wirklich am schlechtesten. Dann Sets sammeln performt meiner Meinung nach eigentlich relativ gut. Aber dann ist natürlich keine Strategie zu haben und wirklich so ein bisschen Comics zu sammeln, ein bisschen Collectibles zu sammeln und das einfach zu kombinieren. Wirklich die beste Strategie und ansonsten danach natürlich rein auf Rare Comics zu gehen. Man sollte aber natürlich an dieser Stelle sagen, Vivi ist eine App zum Sammeln und an dieser Stelle natürlich auch wirklich dazu da, das zu sammeln, was man möchte. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach hier keine Strategie zu haben bzw. das Ganze zu verknüpfen mit dem MCP wirklich die beste Strategie, die man mitnehmen kann. Und wahrscheinlich wird man auch langfristig erstens damit glücklicher sein und besser für den MCP performen. Das Ganze soll euch im Prinzip aber hier einfach nur motivieren und animieren, einfach wirklich das zu sammeln, worauf ihr Bock habt und nicht das zu sammeln, was immer nur den größten Wert hat. Und wie gesagt, falls ihr noch weitere Strategien für mich habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, da werde ich eventuell auch nochmal ein zweites Video dazu machen, zu den MCP Strategien. Aber ansonsten, wenn dir das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.